Und das Geräusch hört sich so an, als ob es irgendwie regnet oder so. Aber es regnet nicht. Die Truppen der Fraktion werden auch in einer Waffenstillstandszone das Feuer auf sie öffnen, wenn sie ein Sperrgebiet betreten. Diese Gebiete finden sie auf ihrer Karte. Sie wurden gewarnt. Was habe ich denn gemacht? Was kenne ich an diesem blöden Treibstofflager? Schlimmeres. Da stehen überall Benzintanks. Willst du dir deine Schießerei liefern? Einen Schritt weiter, letzte Warnung! Hä? Ich habe gar nichts gemacht? Ja, ja. Hä, was habe ich denn gemacht jetzt? Freunde, könnt ihr mir mal bitte erklären, was ich gerade gemacht habe? Ich bin einfach nur von der Straße runtergegangen. Was ist daran jetzt so schlimm? Hallo? Sind sie dumm? Deppen, ey. Okay. Wir müssen da nach oben. Mann. Leichte Halsschmerzen durch dieses scheiß Wetter. Jetzt hat ja wieder den ganzen Tag geregnet. Tag davor war es richtig warm. Also wie so ein Kack schon wieder sein kann, ey. Ach, guck mal, hier steht unsere alte Kiste. Freunde. Was sagt dann dazu? Moment, hätte ich eher lieber ein Auto mit einem Geschütz? Na ja, gut. Okay, erstmal geradeaus. Ja, einfach nur geradeaus. Und irgendwann kommt eine Kreuzung, dann müssen wir rechts weg. Oh, cool. Oh, cool. Mit dem Licht her. Das ist ein geiler Effekt. Nachts sieht das Spiel auch echt geil aus. Also, Atmosphäre ist ja auf alle Fälle gegeben. Da kann man nicht meckern. Auch die ganze Dschungelatmosphäre mit den Geräuschen von Affen im Hintergrund oder Vögeln oder meinetwegen das Rauschen von Blättern und so weiter, wie die ganze Landschaft gestaltet ist einfach nur genial. Ich finde es echt Hammer. Oh, wo haben wir uns jetzt? Sind wir hier lang gefahren jetzt? Haben wir uns jetzt aber verfranst? Nö, wir müssen uns einfach nur rechts weg jetzt. Ah ja, okay. Jetzt fahren wir bei einer Brücke. Wow. Autoschalter, das ist wieder so ein Kacklager. Hilfe, ich habe nichts getan. Wenn mir jemand sagen kann, wie man diesen Scheiß aus dem Weg gehen kann, ohne dass ich da jetzt mit Bus fahren muss. Keine Ahnung, dass man da irgendwie anhält und dann mit denen verhandelt oder so, ob das geht, das könnt ihr mir bitte auch mal in die Kommentare schreiben. Das wäre echt geil. Ansonsten muss ich mich ewig mit denen rumschlagen. Oh, Mann, was fährst du auch da zusammen, ey? Nein, Jot. Hilfe. 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 Wow, bin ich überhaupt noch richtig? Ja. Ähm... Wenn ihr aufs Navi schaut... Oh, fuck, da sind welche. Ähm, dann seht ihr auf dem Navi diese Zahl, die 6. Und dann dieses Vieh-Eck da, was für diese Diamanten angezeigt wird. Heißt das, dass wir in der Umgebung 6 Diamanten sind, oder... Ich weiß das alles noch nicht. Bitte schreibt das in die Kommentare, wenn ihr das wisst. So, ob jetzt hier, keine Ahnung, 6 Diamanten im Umfeld sind, oder... Ja, das wüsste ich gerne. Da anscheinend fahren die auch öfters immer mal eine Patrouille. Muss ich, glaube ich, so ein bisschen vorsehen. Na toll. Ja, du Penner. Solche Wichser, ey. Los, fahr, Mann. Scheiß, so ein Dorf. Oh mein Gott. Wow. Aua. Aua. Oh, hat er mir voll mit der Schrot eins reingewirkt, ey. So ein Penner. Was machen die denn da? Dankeschön für das Auto. Wird er jetzt eigentlich, ich dachte, jetzt kommen da ja ganz viele, haben mich verfolgt und da habe ich gleich meine Armbust gezückt. Aber okay. So, ah ja, okay, da hinten ist die Oase. Wir brechen mal durch den Zaun. Und fahren querfältig ein. Weil die Oase ist eh nicht in der, äh, in der Straße. Von daher. So, dann parke ich jetzt hier. Äh, und verschaffe mir ein bisschen mal hier oben einen Überblick. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht wieder in irgendeine Sniper-Position. Ne, sieht ganz gut aus. Ach, ich bin ja nicht mal in der Oase drin. Auch gut. Mir fällt gerade ein, ich könnte da vielleicht doch mal was mit meinen Verbündeten machen. Denn dann werden ja auch meine Stützpunkte verbessert. Okay, da hinten müssen sie sein. Ja, da blinkt's schon. Ähm. Oh. Ja, stimmt. Ich sehe aber keinen. Kann man hier irgendwas markieren? Da hinten steht ein Fahrzeug. Da, warte. Nein. Halt. Ja. So. Das Fahrzeug kam ja markiert. Da sagen wir schon mal eine Flüchtlinge, Flüchtlings, genau. Eine Flüchte, äh, ja, eine Möglichkeit zum Flüchten markiert. Mir ist das Nomen dazu jetzt nicht eingefallen. Da sind die beiden Typen, die da gequatscht haben. Okay. Was soll ich nicht? Viel gibt's hier nicht, oder? Ich meine, ich sehe jetzt hier nicht sonderlich viel. Mann, ey. Scheiß Cola. Ich hab mal ein bisschen Cola getrunken. Jetzt möchte ich die ganze Zeit aufstoßen. Also ripsen. Und das unterdrücke ich dann doch lieber. Ähm. Ja, ich will irgendwas markieren, aber hier ist nichts. Ich will mir irgendwo damit einen Vorteil verschaffen. So, das ist ja Hans Wurst hier. Es gibt hier irgendwie nichts. Na gut, MG-Nest, das scheint es ja auch nicht zu geben. Äh, nein. Falsche Waffe. Ach du Kacke, guck mal unten rechts. Äh, Leute. Hier. 24, 0. Ach du Kacke. Scheiße, ich hab mir irgendwo Munition besorgen sollen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wo es... Äh, da welche geben soll irgendwo. Ah, hier können wir auch nochmal gut spielen. Und gucken. Aber ich weiß nicht, wo man Munition herkriegt. Ob man da in irgendwelchen Häusern suchen muss. Äh. Keine Ahnung. Okay, hier steht auch noch ein Auto. Da ist ein Feuer. Ah ja, ist aber nichts Besonderes. Ich hab ja keine einzige AMG-Stellung. Ist der mit einem Hedger totes? Hä? Hab den nicht mal getroffen. Scheiße. Ich glaub nicht mal. Ey, ich glaub auch nicht, ey. Er geht Beistand, nur doch. Er geht von mir. Okay. Oder... Salah... Aua! Wow! Scheiße! Das war knapp! Mein Gott! Da musste ich mir vor Schreck erstmal eine Patron aus dem Bein ziehen. Jawoll! So, die Waffen die die haben sind wahrscheinlich voll von Arsch. Ah, guck mal hier hat der sogar eine G3. Aber die ist wahrscheinlich... Obwohl, ne. Ich dachte die ist jetzt voll kaputt oder so. So, ich geh mir... Geh lieber mal außen rum. Obwohl die Gegner mich sehen, ist ja... Ja, noch ein Molotov hier, oder? Nein, ja. Boah, die KI ist echt gut, ey. Okay. Ich hab den nur auf meinem linken Ohr auf meinem Headset gehört. Die umschleichen nicht richtig. Weil sie wissen, dass du dich irgendwo versteckst. So, und ich hab die Gegner jetzt erstmal ein bisschen von mir ferngehalten mit dem Molotov hier. So, da geht jetzt noch nach hinten, weil ich da ja gerade war. Und die Munition ist da hinten. Äh, die Munition sag ich schon, das Gold. Ah, jetzt auch noch mal. Hier ist Munition. Sehr schön. Oh, da ist einer. Ja, ich hol mir, glaub ich, dann lieber das Gold und, äh... Oder ich sende eine SMS an... äh, an meinen... Auftraggeber. Und verpiss mich dann. Aber das liegt hier noch so rum. Granaten. Molotovs. Und oben suchen die nach mir. So, eine Spritze noch dazu. Und das Gold senden. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Sie aktualisiert. Ah, und das ist jetzt wieder dieses Untergrundzeichen. Meine Rufe wurde ebenfalls gesteigert. Oh. Ich muss jetzt irgendwie zum Auto kommen. So, und weg hier. Oh, hier ist noch guter Diamant. Moment. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo bist du, Diamant? I will find you. Da. Ja. Nee, ist ein Toten da mit seinem Rucksack und seiner Schippe. Oder seinem Spaten. Ah. Da. Bleib unten. Da sieht er dich schnell. Nur einer, glaube ich. Aua. Oh Gott, wir fahren ganz am Rand der Map hier. Ich fahre mal lieber in Richtung Straße.